Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Rum-Geschichten, meine lieben Freunde. Wir sind auf der Suche nach der geheimnisvollen Tür. An meiner Seite natürlich Zwiebelpeter und Mähne, hallo. Moin! Oh, ich hab'n kommen sehen, den dicken, ne? Wo ist diese Tür? Let's find the door. The door, the secret door of Captain. Das ist die Frage, wo man hier überhaupt... Ich glaub, so viele Möglichkeiten, wo du irgendwie hier anlanden kannst, gibt's gar nicht. Ey, wenn, dann ist das so glatte. Hier kann man auf jeden Fall nachladen. Warum kann man hier unter Wasser nachladen? Na, weil da bestimmt Viecher aus dem Wasser auch gekommen sind. Mähne, ist da hinten ne Tür, wo du da rumdümpelst? Da geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Deine Tür ist, kann ich mir erst sagen, wenn ich um die Kurve rum bin, aber es sieht so aus, als ob's hier weitergeht. Also, so ein Schiff hätte ich auch gern, muss ich mal sagen. Ja, das war wahrscheinlich schwierig, mich zu bedienen, so dritt. Ach, Quatsch. Ja, hier sind so Jump-Rätsel und sowas. Mit genügend Sklaven an Deck geht das alles. Ja, hier muss man wieder Figuren... Äh, sind da Gegner hinter dir, Mähne? Ja, 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 ja. Was? Weiß ich, warum unter Wasser die so aufladen, nachladen Dinger waren. Ja. Wir werden angegriffen. Aber wo sind Fässer mit Nahrung? Hier an Land. Nachladen und Nahrung. Wo bist du, Mähne? Bei dir sind Fässer, oder was? Ja, hier an Land. Mann, Junge, geh doch da mal an Land, ey. Dumm, Kopf. Was für ein Lächerlicher. Wieso kann man denn hier nicht drauf? Totgemacht. Totgemacht. Das ist ein riesiges Herz. Okay. Underwater. Ein Herz? In der Wand. Okay. Wo denn? Da muss es weitergehen, quasi. Ach, ich sehe es, ja. Ah, das ist doch das Ding... Das ist eine riesengroße Tür. Das, was der Jack aufgemacht hat mit seinem Medaillon. Ja, so eine Tür hat er aufgemacht, genau. Gibt es da einen Leiter? Und hier sind so Dinger, die festgebunden sind. Kommt mal nicht hoch, Mähne, das habe ich schon versucht. Ihr müsst die Teile hier losschneiden. Hä? Ja. Teile? Ja, hier sind nur so Teile unter Wasser. Mach du mal. Ach, hier, die... Oh, ich bin grad nur ein bisschen ersoffen, deswegen. Ja, hier kommt man dann drauf. Okay. Ja. Ich mach mal noch eins. Eins ist nämlich hier nach unten festgebunden. Oh, oh. Hier ist ein Hebel. Aha. Hier sind Hebel unter Wasser. Wenn ihr so... Habt ihr mal geguckt an den Wänden, ob sie vielleicht noch so aussehen wie so blaue Korallen. Okay. Und das sind... Wenn du hinschwimmst, heißt das Hebel benutzen. Hier ist so eine... So eine, äh... Hier, ich kann jetzt diese Plattform da runterlassen. Siehst du das, Zwiebel? Nee, welche Plattform? Direkt neben dir habe ich jetzt... Jetzt schwimmst du in die falsche Richtung. Die hier. Ja, da... Geht ja wieder hoch. Hier steht übrigens der Jack. Ja, der steht dahinter. Genau dahinter, wo ich das grad runtergelassen habe. Achso, und da können wir jetzt hin. Servus. Geht das jetzt auch wieder hoch? Nee. Du bist ja auch immer bedrohend, oder? Mhm. Ständig. Geht jetzt hier durch die Wand durch. Ah, guck mal. Ich bin ein bisschen höher. Ist jemand müde? Aha. Ein bisschen. So beautiful. So beautiful. Ah. Aha. Aha. Just hope the Pearl's been spared, such a fate. She deserves far better. Stopp. Alter, das ist jetzt... Höh. Well, das ist die letzte Zeit. Just like everything else down here. Hier liegt ein nicht lesbares Buch. Das liest jetzt Jack. Er liest es. Ah, okay. Hier muss man so ein Sirenenherz einsetzen. Ja. Hinter dir, Mene, ist übrigens, wie die Stellung sein soll, da die Einstellung. Achso. Oben und... Oben und Blasen. Oben und Blasen. Hier. Oh, ich habe es jetzt mal ein Kürziger hier. Oh, ich habe es jetzt mal ein Kürziger hier. Oh, der hat das nicht. Hier wird das Kürziger. Müssen wir vielleicht nochmal zurück? Wir würden wir müssen warten, bis er fertig ist mit schlauern. Okay, das ist genug davon. Dieses Ort ist voll von verlassenen Schäuern. Das ist vielleicht etwas, das wir in einem von diesen Racken nutzen können. Aha, in den Racken. Oh, das ist sehr schallig. Ja, gib her, Mann. Ah, hier. Danke. Okay. Pluck. Nach oben muss der mit seiner Patsche an. So, bitteschön. Wo sind die anderen? Da hinten ist noch einer. Hier ist da noch einer. Jetzt. Ah. Ja, ist doch viel klar. Es passiert was. Die Tür geht auf. Okay. Ach da, die Tür. Alles klar. Hola. So. So. Okay. Wer war das? Ach so. Ich. Ich weiß nur nicht, ob es wieder zurück geht. Ja. War keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Okay, das war falsch. Ich bin wieder ganz unten, Leute. Ich auch. Alright. Wie geht denn das jetzt nochmal? Also man hätte durch den Wasserfall hier scheinbar springen müssen. Ja, ja. Habe ich doch versucht. Ja, versucht. Reicht nicht, mein Freund. Versucht reicht nicht. So, und wie kommt man da jetzt nochmal hin? Ach da. Nochmal durch die Höhle hier. Nee, der Wasserfall stört. Müssen wir den Wasserfall erstmal ausmachen. Ja, hier ist wieder eine Dings. Mittlere Position. Hier ist eine mit unterer Position. Hier kann man übrigens nachladen. Nee, hier ist doch, die kann man nachladen. Da ist der Auslöser. Aber welche beiden Figuren meinen die? Wo denn? Woher siehst du den Auslöser? Da. Ach da. Dann vor allen Dingen welcher, wie ist das Rätsel? Ah, hier steht's. Nee, der muss nur noch, der, hier guck mal, der muss. Unten und guck mal nach da, da ist auch noch einer. Da. Der hat in der Mitte. So, der mit der Kette. Der mit der Kette muss noch in die Mitte. Komm mir nicht durch, dass die Tür ist wieder zu. So. 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 Wo seht ihr das denn? Wo steht's? Hört auf, da drauf zu schießen. Wo ist denn das Rätsel das Lösung? Also wo ist denn das, äh, die Vorgabe? Ja. Hier, da ist zumindest einer. Ja, aber die Vorgabe, wie die positioniert sind. Ja, hier. Die Kette in die Mitte und wo ist jetzt der Zweite gewesen? Die Kette in die Mitte und der Feuertyp. Hier steht der Feuertyp, der muss runter, muss der. Guck mal, ob die beiden hier gemeint sind. Runter, noch einen. Runter, sicher. Okay, Feuertyp ist runter. Kette muss in die Mitte, das sehe ich. Kette ist in der Mitte, Feuertyp ist unten, schieß mal an. Aber Brille hier draußen. Nee, das ist der Feuerhaini. Das ist der Feuertyp. Ja, dann sind's andere. Da steht einer. Hier oben steht noch einer. Zwischen diesen, guckt mal hier. Seht ihr hier vorne dieses orange leuchtende Teil? Nicht mal dich. Was? Seh nicht mal, da bist du. Wo ist deine Figur? Naja, bei diesem blauen Teil, was daneben steht. Ach, da oben, ich seh's. Ja, also ich hab den jetzt ganz nach oben gemacht. Der muss aber in die Mitte, nicht nach oben. Der hier ist doch falsch. Der hier muss nach unten. Ja, wieso waren der jetzt schon wieder ganz oben? Oh, der hier ist jetzt richtig. Hat er eine Kette da in der Zwiebel? Das seh ich leider nicht von der Perspektive. Ich mach dir nochmal einen runter. Nee, der funktioniert. Der funktioniert nicht. Ich seh den aber einfach noch nicht. Wo ist der denn? Hier, guck mal. Da ist doch dieses blaue Muschelding da. Und dazwischen. Ja. Der hat einen Stein in der Hand. Einen Stein? Der muss nach oben. Jetzt da ganz unten. Ah, hier. Der muss in die Mitte. Das ist da, der mit der Kette. Den hab ich. Warte mal. Der ist jetzt ganz oben, der Typ. Ja, hier ist der mit der Kette. Genau. Aber man kriegt den nicht bewegt. So, jetzt hab ich ihn. Sag Bescheid. Er sitzt da ganz oben. Warte, der muss aber in die Mitte. Ach so, scheiße. Warte, man kann die, glaub ich, nicht bewegen, wenn gerade... Jetzt muss ich nachladen. Den man auslösen muss, aber ich seh nicht den mit der Figur. Ja, aber ich... Ja, nicht deinen, den anderen, der in die Zwiebel anschießt. Ach so. Ach da. Okay, jetzt seh ich ihn. Sag Bescheid. Also ich muss erst mal nachladen. Ach so. Ich muss das Nachhaltedingen. Das war doch hier irgendwo. Hier, 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 hier. Hast du ne Brille? In der Mitte ist der jetzt. Gut, genau. Genau, und jetzt die Zwiebel. Ja, einer ist falsch. Nee, war richtig. Kommt. Ja, Wasserfall ist aus. Drehst du uns hoch, Zwiebel? Bevor du rüberkommst. Okay, ich bin drüben. Da kommt der Dicke. Usch. Aua. Junge, Junge, ey. Junge, Junge. Du kannst es mir eine Ausbildung als Bergziegel gelohnt, du. Ich bin die Industriekletterer gewesen. Wieder zwei Kollegen. Einer mit Kette und einer mit Feuer. Und hier ist der Tröterich hier oben. Und hier ist die Einstellung. Der mit der Kette nach oben. Feuer nach oben. Feuer nach oben? Ja. Und Kette auch nach oben. Beide nach oben. Ach, da oben? Der ist oben, glaube ich. Nee, warte. Das ist, glaube ich, die Mitte. Okay, beide sind oben. Barob die Tür. Herrlich. Okay, Jumpy. Okay. Gegner. Okay. Der hat mich one-hitted. Kann ich mich anerholen? Ja. Geiler Typ. Wie du einfach nur mit der Hand so. Komm, komm, wieder. Komm, komm. Komm, mach, mach. Komm, noch mehr. Noch so'n dicker. Sehr gut. Erstmal eine Kokosnuss ins Gesicht. Banana? Ich find's schon erschreckend, wie vegan wir hier leben, ey. Ja, echt. Das andere muss man halt kochen. Ja, ja, eben. Okay, hier kommen wir bestimmt wieder hoch mit so Geysir hier, Kollege. Ja, ja, genau. Aber dann. Und, bitte? Hallo, Geysir. Geysir. Der Geysir von Jena. Hat irgendwas kaputt geschossen? Was passiert da unten? Äh. Na klar, ist aufgegangen. Was hast du denn kaputt geschossen? Ein Seil. Ah. Blöder Geysir hat mich wieder nach oben geschossen. Aber hier ist eine Tür. Äh. Ah, hier, guck mal. Oder nee? Oben. Ah. Oh. Oh, was so? Nachladen ist immer nicht gut. Hier ist auf jeden Fall wieder einer mit Koralle in der Hand. Mhm. Der mit Koralle in der Hand muss... Nach oben. Nach oben. Aber wo sind die anderen? Der steht daneben. Nee, der mit der Koralle. Doch, die stehen hier nebeneinander. Also Koralle da oben. Und... Kette unten. Und Ring Mitte. Und dann... Wo ist der Ring-Typ? Weiß ich nicht. Hier, oder? Er ist schon Mitte. Ach nee, das ist unten, oder? Warte. Jetzt ist er Mitte. Wird jetzt wahrscheinlich Wasser kommen. Maybe. Wie? Hier aus. Hier sind doch so Kotzköpfe. Bugt! Bugt mich an! Da ist nichts passiert, oder? Okay. Hier war aber irgendwas falsch. Also Koralle oben. Kette. Koralle ist oben. Mitte. Kette ist. Die Kette ist unten. Gibt mir die Golden Shower. Oh, der große Kopfkopf. Aber wirklich. Erbsensuppe vom Feinsten. Oh, ich kotze mich voll. Oh, ja. Oh, das finde ich geil. Ich kotze mich voll. Willkommen bei FSK 18. Ach so? Ach so, man darf es immer geil finden, angekotzt zu werden. Ja. Das ist jetzt auch das Problem. Hier geht's raus. Hä? Wo? Ach so, ja. Sie will immer holen, weil ich einfach so schnell bin. Oh. Äh. Das ist, glaube ich, jetzt aber so ein bisschen semiproduktiv, oder? Nee. Gehen die alleine wieder runter? Okay, ich bin oben. Zwiebel. Äh, Brilé. Brilé, ich bin fest, Mist. Und der anderen Seite hätte ich draufgemusst. Komm, du. Vorsicht, Zwiebel, wenn man einen Schritt zu weit geht, kommt man wieder auf so eine Rutschbahn. Du bist ein Domäne, ne? Ja, auf die Rutschbahn. Ah, okay. Hä? Wo? Ach da. Ja, du hast mal auf dem Bril. Brilé ist schon vor mir, natürlich. Er redet ja auch nicht, weißt du, er läuft einfach. Ich bin in diese Rutschbahn rein. Wollt ihr da? Ja. Gericht versammelt sich. Oh, oh. Oh, oh. Direkt rein und ballern. Das war ich. Ach so. Ich hab Davy Jones'n Kopfschuss verpasst. Ah, guck mal. Schlüssel zur Truhe des Todes zum Aufschließen erforderlich. Hier sind auch wieder Statuen. Boah, guck mal ey, das wäre da so geil, jetzt hier sich die Taschen zu füllen. Und was ist, was machen wir? Rätsel lösen. Mann, Mann, Mann. Wo braucht man denn den Schlüssel? Hier. An dem, an dieser Truhe hier. Genau. Schlüssel? Hm. Wo? Warum geht es hier die Tür zu, Brilé? Keine Ahnung. Ich bin noch ein Stück weitergegangen. Ja, weil du mir doch nicht warten kannst, ne? Was? Ich bin noch ein Stück weitergegangen. Ja. Wir haben aber die Truhe noch nicht mal auf. Warte mal, Seemannsgarn weiter spinnen mache ich hier mal. Ja, jetzt sind wir bei dir. Ja, aber jetzt haben wir die Truhe nicht auf, Leute. Ich glaube, wir kriegen den Schlüssel doch hier. Hier ist ein Buch. Wo? Neben so einem Stuhl. Wo bist du denn, Mähne? Ja, immer noch in dem Saal. Seid ihr? Bei der Statue und ich habe dann Seemannsgarn weiterspinnen, weil Brilé weitergelaufen ist. Es geht hier die Hauptstory jetzt weiter. Ich bin nur einen Meter weitergegangen. Ja. Ja, wenn da die Tür zugeht, kann ich ja nichts fühlen, ey. Wie viel ist das hier alles eigentlich? Bisschen. Wir machen irgendein Ritual, was wir spüren sollen. Geht aber nicht. Da oben sind Kanonen, ne? Der Gegner. Der Früge. Du kannst irgendwas bewegen da. Hast du das mal gemacht, die an der Kette gefahren? Cannot be used now. Cannot be used. Hier ist ein Stab. Da braucht man eine Nachladekiste. Ist hier. Überall. Das habe ich erwischt. Aber er lebt noch. Er lebt immer noch. Jetzt ist er weg. Kannst du da jetzt an der Kurbel drehen? Ne. 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 Da lebt ja auch noch einer hier. Mann, Junge. Geht er da mal hoch. Wo ist der denn? 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 Ich bin da unten festgepackt. Aber ich kann mit dem Schwert draufhauen. Aber er ist down. Okay, kommen wir jetzt. Ich lache, ne? Jetzt kann ich dran drehen. Okay. Konnte ein Schiff passen. Was passiert? Ich habe Jack Sparrow da ein Podest gemacht. Ah. Dann fahre ich ihn hoch zu den Vorräten. An dem hier kann man noch nicht drehen. Was ist das? Gold? Gold. Ammunition. Almost as good. Hier. You better have these. Hey. Ei. Ah. Ah, okay. Ich nehme mal die Lagerkiste hier mit, ja. Ne, ne. Ich brauche das Volk, was das von mir ist. Wo bist du hin, Mann? Ja, hier. Ja, mitten in dem Kommen. Ei, 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 ei. Mein Stab ist leer. So was. Alter, der rennt aber ganz schön, du. Oh, no more. Sind wir wieder mit Schutzschild hier? Ja. Autsch. Schutzschild ist weg, mein Freund. Genau, geht zum Boden. Oh shit. Mich hat er wieder one-hated. Ja, du stehst da leider sehr blöd, Brilli. Deiner? Er ist tot. Ist auch tot. Super. Leider zu spät, sorry. Ei, ich bin da weg. Diesmal ist niemals auf dem toten Schiff. Ne. Ne. Man kommt hier nicht durch. Ne, du kommst noch nicht durch. In der Mitte ist noch einer. Aber jetzt, wie das so eine Kurve an der stehen kann. Tu das mal. Also, ne, also noch nicht, aber demnächst. Junge, Junge, ist hier was los, ey. Wo ist denn der eine Stinker? Ach, da. Da ist noch so ein Elektro-Prozzi bei euch. Wo ist er denn? Oh, die Motorradfahrer bei dir. Jo. Wo sind sie? Jetzt kann ich's benutzen. Jetzt tritt er da oben wieder was runter. Versuch. Ja. Er geht jetzt rüber über den Mast. Dann weiß ich's und schweiß runter. Dann komm, schmeiß. Das ist mehr so. Hier ist deine Schere der Späne. Ich sage, sie schnell benutzen. Sag mal, wie kann man denn nochmal Dings auswählen, ey? Diese anderen Bomben. E. Ja, unter E. Wurfgegenstände. Also erst Q und dann E. Ach so. Wo hat er was fallen lassen? Da wurde der Zwiebelstatt. Au. Alter, was ist denn jetzt los? Poco-Nut? Da muss doch einer sein. Kommt grad neue. Diese harte Bastarde, echt. Stab, sind die schon da halt? Ja. Oh, hab ich jemanden retten? Achso. Rilly? Ja, try. Danke. Danke. Irgendwas ist passiert, oder? Ja. Weiß jemand was? Nein. Da oben geht Jack lang. Ah! Jackson! Jetzt auch noch die! Oh fuck. Enough! The ritual must not be disturbed. Goldharder! Dispose of them yourself! I... Obey... Aua! Aaaaah! Ich drück mal die Falte passen. Oh. Oh da, Goldsammler, da ist er. Der Boss ist da. Wo? Runden im Wasser. Ach da! Aua! 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 Der Boss ist wieder down. Kann ich noch mal gerätstern? Was bist du denn? Ich lieg da... ...und bestanden gerade. Was ist los? Oh! Zwiebel, Zwiebel! Ich bin weg. Ich hab genau den Gold, Digga, hier bei mir. Ja! Ja! Du Doofkopf! Selber! Ja! 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 Das letzte, was du siehst! Au! Oh! Pisskopf! Junge, lauf doch mal! Echt! Ich glaub, über das Schwert kann man den nicht damage'n. Nee! Wir müssen den, glaub ich, da hinten in die Dinger reinlocken. Oh! Dreizack! Du! Da hinten sind Explosivfässer, da müssen wir, glaub ich, reinlocken. Na, oder man macht ein bisschen was mit dem Dreizack. Oder so. Was sind denn die Explosivfässer? Hinten am Schiff. Oh, ist das nervig, Alter! Mit diesem scheiß Dreizack, ey! Das sind Explosivfässer. Am Schiff. Hier, ja. Ja. Wo denn? Ah, hier. Nehm ich doch einfach mal welche mit. Aber geh doch da rein. Jetzt steht er genau vorne im Explosivfass. Lass es weg, teleportiert, die faule Sache. Kein Problem, wo kommt er wieder? Hier. Er ist stark, aber lang. Ups, hab mich selber mit Wupps wieder angefangen. Kann mich jemand wiederbeleben? Ich versuch's. Ich hab da drei Explosivfässer hingestellt, wenn er da hinkommt. Oh, fuck. Wieder hab ich schon. Nochmal wiederbeleben. Komm nicht zu essen. Der soll ein Stück näher kommen, der Affe. Bringst du doch zu ihm hin? Nein. Nein. Wenn mir nicht, dass das selbe blöd ist wie hier. Belebt mich niemand wieder? Okay. Das geht leider nicht immer so einfach, Mäne. Komm noch mal ein Stück näher ran da. Geh weg. Geh weg, Brilli. Er ist noch nicht nah genug. Der muss ein bisschen mehr noch zu mir. Da. Ja. Jetzt. Ich hab den finalen Moment leider verbracht. Ich hab den finalen Moment leider verbracht. Pirates. To spare. Wir gewinnen. So viele alten goldenen Bonsai. Kann die nicht schädigen, die da bei ihm oben stehen, ne? Jetzt. Wir müssen einfach... Okay, outchen. Und nun? Der Hund kommt zu euch. Ach, Igor. Zwei. Endlich war er wieder da. Und nun? Kack das Spiel wieder ab, oder was? Ne, wieso? Wenn du jemandem über das sagst, dann werde ich ihn verraten. Jetzt. Geh mich runter. Und dann, Jack. Schicken wir dich schon dauernd. Wie ist denn? Der hängt da. Hier. Hier, hier, hier. Ich hab's. Hab's. Also, die jetzt... Und die beiden stehen da oben jetzt und gucken blöd rum, oder? Die sind, äh, gegeneinander gerannt und... ... sind gar nicht mehr da oben. Okay. Aha, was macht denn der Jack jetzt da oben? Ah, Kanonenkugeln. Er gibt uns Kanonen. Die werden wir nicht benutzen können. Doch jetzt. Aber wieso sind's nur zwei Kanons? Ich glaub, ich hab's keine Kugeln. Hä? Ich hab's mal hier. Na, ich spart tot. Das klingt. Wo sind wir hier? Direkt hinter dir aus der Kiste. Da sind so zwei Kanonen da. Oh. 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 Abgeschlossen. Oh. 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 Alter. Genau. Achso, da geht's ja eh raus, ganz normal, ne? Ja. Und da waren wir jetzt zu unserem Schiff. Jo. Wo ist's? Oh, fuck. Uiuiui. Ich bin mal Richtung Krillie. Bist du beim Schiff? Ich bin jetzt am Schiff. Ach, da ist es ja. Ach. Und zum Außenposten zurücksegeln, hat er gesagt. Wie sieht's denn aus? Die Folge zu Ende? Ja. Schon lange. Ja, ja. War ich, oder? Ja. Dann war ich mal zu Ende. Oder? Nee, war ich? Nee, ich glaub, ich war. Nee, Brilli war. Ja? Ja. Leute, das war ja was du. Mein lieber Scholli. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sind wir raus aus dem Mist und machen dann, glaube ich, die letzte Mission, und dann endlich auch mal wieder... Nee, nein, steht das. Boah. Schon, oder? Fünf Stück. Nee. Nein? Neben dem Dingspumpf stehen noch zwei Schwerter, die gekreuzt waren, wo noch eine Schwerter war. Okay. Ja, ich weiß nicht. Es ist ganz nett, aber als Abwechslung zu lang. Ich würde gerne mal wieder gegen echte Leute kämpfen. Wieder richtig auf die Fresse kriegen. Auf der normalen See. Ja. Ja, wir gucken mal nächstes Mal. Yes. Also, bis dahin, Leute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Danke uns bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.